Freestyle Stick Trick Nummer 43, der Under Arm Move, und zwar, der sieht so aus. Yes, also los geht's mit einem Rechts-Rechts-Links-Rechts. Das heißt, Rechts-Rechts-Links-Rechts-Links und der linke ist dann ein Dead Stroke. Danach nochmal mit der rechten Hand auf der linken, auf den Stick. Danach ein Triple Sticking in der rechten Hand und ein High-Marm in der linken. Nach dem High-Marm kommen nochmal drei Rechte. High-Marm, Triple und High-Marm. Also nochmal von vorne. Danach, nach den drei Rechten noch ein linker und in der rechten Hand eine ganze Umdrehung, ein Toss-Hole-Rotation. Nochmal von vorne. Triple Sticking. High-Marm. Danach. Okay. Und ganze Drehung. Danach drei Linke und der rechte wandert unter den Unterarm. Dann. Danach spielen wir mit dem Kopf, aber die rechte Hand. Da, 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 da. Und wieder rausziehen. Halbe Drehung in der rechten. Die linke Hand zieht den Stick einfach wieder raus. Rechte Hand macht eine Drehung. Okay. Alles klar. Dann viel Spaß beim mit dem Video. Freestyle Stick Stick Nummer 43 an der Anrufe.